Ja, Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play Alien Swarm mit dem Laurenz, dem Blue, dem Chris und dem Nick, das bin nämlich ich. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Wir haben uns hier relativ spontan zusammengefunden. Es ist jetzt 2.07 Uhr. Ich würde sagen, das ist eine gute Zeit, um Alien Swarm zu spielen. Dann beginne ich die Mission. Achso, du musst das machen. Ich habe mich schon gewundert, warum nichts losgeht. Okay, Squad, wir müssen das Schiffmanifest checken und sehen, ob irgendwelche Überzeugungen es aus diesem Rock gemacht haben. Mach deinen Weg nach der Laufbahn und find ein Terminal, wo wir die Transportrechte downloaden können. Ich werde mit dir in den nächsten Mal. Achso, dieses Mal muss ich ja gar nicht hacken. Richtig, diesmal musst du nicht hacken. Wer hat das Vergnügen? Oh, äh, Laurenz? Ähm, ich hab, äh, Blue macht schon. Nein, ich mach da oben das Hacken. Ne, ne, hacken. Du musst hier oben. Ach, hier muss ich was hacken. Ach, hier muss ich was hacken. Also musst du hacken. Hacken kann ich nicht. Ich kann nur die Tür zu machen. Sehr gut. Und irgendwie konnte man sich auf jeden Fall hinknien, dass wir sich nur, aber ich... Ah, ja, hier. Mit Umschalt. Ups. Ich werde mal höflich anklotzen. Sehr gut. Da passiert nichts. Jetzt geht's. Und ich mach die für dich. Das heißt, ich würd gern Feuerschutz haben. Braust du nicht. Da passiert eh nix. Ich bleib bei dir. Und fertig, danke. So, damit ich jetzt nochmal Bescheid weiß, wer hat jetzt welche Rolle übernommen? Also, Laurenz ist auf jeden Fall Techniker. Ja, ich bin der Techniker. So, und dann hab ich's... hab ich nicht drauf geachtet. Ja, Blue hat Grace die Heilerin und Türdichtmacherin. Und ich bin der Officer. Alles klar. Alles klar. Ähm, Blue, wir sollten uns vielleicht... Au, das bin ich. Achso. Ich bin einer alten Gewohnheit, dass ich die Tür alle zumache. Naja, klar. Dann sollten wir aber ein bisschen mehr zusammenbleiben. Genau. Die anderen sollten warten. Dann mach ich die Tür hier mal auf. Ich bin doch aber so ungestühlt. Ich mach die Tür oben auf. Hier unten ist schon offen. Ich bin schon auf der anderen Seite. Ja, du hast mich angeschossen. Au. Jetzt bin ich in der Feuerlinie drin. Das wäre doch schuld, würde ich sagen. Ich würde einen kurzen Heal gern mitgehen gehen. Oh, die Gärten... Ey, Quatsch. Die Mini-Garni braucht halt ziemlich lang. Ich könnte auch ein bisschen Teuerschutz gebrauchen. Oh, aua, 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 aua. Ich bringe die Party übrigens mit. Dankeschön. Ja, wer möchte Sentry diesmal mitnehmen? Danke. Äh... Sentry... Nee. Gott. Also ich nicht. Warte, ich... Ich nehme sie derweil mit. Warte. Ach nee, das war das Falsche. Au. Weißt du erst auf die Sentry und dann gehen wir alle rein? Ja. Du, 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 du. Hier ist leider. So, warum war lange diese Verrecken mit deinem Flammenwerfer? Ja, ja, klar. Es ist zeitbedingt, aber sie greifen nicht an. Stimmt. So. Ich wollte trotzdem mal kurz meinen Flammenwerfer rein. Na klar, wir haben das Zeug, bevor wir uns alle reinsteigen. Könnt ihr den... Ihr könnt doch das Sentry durch auch aufbauen, oder? Noch nicht, äh, verschweißen. Mach mal wieder auf. Warum? Blo. Äh... Da ist noch mein Flammenwerfer. Genau. Egal, oder? Na jetzt bin ich immer schon so offen. Sentry steht. Gott, danke. Ich bleib irgendwie immer in der Tür hängen. Aber also auch so mittendrin, teilweise. Ist bisschen komisch. Ist die Sentry hier richtig, oder? Was ist denn hier los? Ähm... So, krass. Ja, die Sentry steht an sich richtig, aber ich glaube, die war noch nie fertig aufgebaut. Oder... Achso, okay. Ja, dann steht's richtig. Schließen. Markus? Ohne Momente, ich mach die Tür hier noch dicht. Meine Tüche Blue. Ja, ja, ja. Voll versaut, glaubens. Können wir mal neu starten, die Aufnahme. Nein! Es waren immerhin schon 5 Minuten. Die 50 Gigabyte. Ist doch egal. Könnt ruhig starten zu hacken. Gut. Dann fang ich an das Zahlenrätseln. Naja, das Zahlenrätsel muss ja nur den Rhythmus abpassen. Das geht eigentlich. Na ja, klar geht das. Ich weiß. Wenn man's erstmal verstanden hat, dann geht das. Ich hab nur am Anfang immer so da gestanden, wusste nicht, was das von mir will. Also so die ersten 4 Jahre Alien 2 meinst du? Genau. Wow. Es hat funktioniert. Fertig. Das war easy. So. Es ist grad so laut. Ich hoffe, man versteht euch überhaupt. In Dreck. Ich würd da weggehen. Pass auf. Ja. Genau deshalb. Ja? Ich hab das gesehen. Wir haben Fortschritte gemacht. Und dann werden wir regruppen. Gibt's hier irgendwo ne Schussgenauigkeit angezeigt? Ne ne. Also wenn er wollt, könnte ich jetzt auch einen Flammenwerfer mitnehmen. Wie du möchtest halt. Genau. So, nur mal um es kurz zu erklären, hier drüben kann man so Notizen machen und sich so taktische Sachen zeigen, genau und jetzt ging es schon weiter, schade. Ja und kann halt dann so die Strecke nachvollziehen, die man zurückgelegt hat.